Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir sind noch im Oberjoch Familux Resort im Allgäu in dem Kinderhotel und wir nehmen euch heute wieder ein bisschen mit. Könnt ihr ahnen wo es jetzt hingeht? In den Pool! Endlich, ne? Freust du dich? Ich glaube schon. Es geht, es geht. Hier wird es dann wieder frischer. Dann gibt es hier auch noch eine Art Riesen-Whirlpool. Hallo! 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 Alter Schwäne! Hallo! 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 aspett TXT! TXT! Ganz einen großen Whirlpool für euch alleine! da habt ihr nämlich noch extra düsen in der mitte ist ein großer pool und da ist noch ein eine dusche seht ihr blubber 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 ist das schön oder so schön wir sind wir sind draußen und wir haben den pool für uns ganz alleine warte ich drehe mich mal um der eine bär sieht aus wie eine melone wie schön ist das der mund ist da extra für uns kann sich sehen geht auf oder ist schon auf es wird wieder frisch kommen wir kommen und überall gibt es halt so getränkestation hier in der pool area natürlich mehr wasser damit er nicht kleckert und hier gibt es immer leckere tötchen alles inklusive den ganzen tag über hier gibt es spanferkelrollbraten gebratene ente rotkohl käsespätzle kartoffelknödel und ach das sind haferknödel nachtisch oh lecker pfandkuchen und noch mehr nachtisch alles in kleinen gläsern kindgerecht und gesundes darf natürlich auch nicht fehlen jede menge obst hähnchen können es gibt ein extra kinderbuffet hähnchen kollen gitter kartoffeln auch ein bisschen gemüse und auch ein kleines salat die sind so lecker ratet mal wo wir heute hingehen hallo hänsel ich habe leider nichts guck mal das funktioniert aber krass das klingt noch lecker das klingt noch lecker das klingt noch lecker das klingt noch lecker oh nein warte mach mal hier so mit wo ist sein jetzt? nicht mehr denn? ach, seid ihr süß das kommt ja auch oh mein Gott dann hätten wir Max hm du bleibst mir ja treu, ne? ha 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 das ist das ist ich denke, Rocky mag es unser Abreisetag das Wetter ist dementsprechend könnt ihr doch die Berge sehen das ist nix das ist voll die dicke Suppe ich bin nicht ausgerufen hör dir das mal an, man sieht nix ach, platt ich habe verstanden, die ist glatt aber die Kühe hört man Hüpfburgen gibt es hier auch zum Bananenwerfen zum nass werden zum klettern zum übereinander herfallen oh nein guck mal vor dem Panorama mit den Bergen ich bin hingefallen ich bin hingefallen oh mein Gott, ist das nass warum ist das so pitschnass, gehört das so? Ich bin hingefallen. Schnucki, das ist ja klitschnass. Ich bin hingefallen. Ah! Ist das nicht nass? OMG. Du hast doch nicht alle Hacken am Schuster. Seid ernst? Ja. Das ist wasserfest. Zur Not in den Reiß legen. Warte, Clara so nicht. Oh no! Schaut mal. Nix. Nix zu sehen. Was kannst du sehen? Nebel, der einen besonderen Namen hat. Man sieht nichts. Family Hotels. Wir machen Familien glücklich. Sind wir glücklich? Ja. Nebelschwaden, die einen Namen haben. Und damit haben die drei noch gespielt und jetzt ist alles platt. Ihr habt sie echt kaputt gespielt, ne? Ja. Ihr Senkel. Mach das mal bitte zu. Das ist zu früh. Ich glaube, die haben das noch gar nicht angenommen. Ihr habt das kaputt gespielt. Nein. Nein. Dann müssen wir bezahlen. Nein. Deswegen mache ich sie ja. Wir versuchen uns nochmal die Zeit zu vertreiben, bevor wir nachher los müssen. Die Mädels spielen hier eher Hockey in der Dattelhöhle. Wir haben vom Hotel übrigens noch was für euch bekommen. Was denn? Augen zu. Okay. Okay. Irgendwas ist mir gerade gegen die Stirn geflogen. Ja. Einmal für Anton. Ich gebe mal eins nach Klara nach hinten. Und eins für Hanna, die sich versucht blind anzuschneiden. Ah, ich weiß, was es ist, glaube ich. Ich hab nichts bekommen. Ich hab dir doch aber was... Ich weiß, was es ist. Was ist es? Die Augen auf. Ein Puppets. Ja. Vom Hotel. Wie heißt das? Danke. Danke. Tschüss. Oberjoch-Familux-Resort. Wie hat es euch gefallen? Wohl. Gut, ne? Ja. Super. Was war am besten? Der Brot. Mit der dicken Rutsche? Ja. Und die Soft-Eis-Maschine. Ja. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.